Das ist keine Finanzberatung, nur meine persönliche Meinung. Nein, ich bin kein Anlageberater. Ja, es sieht ja schon ein bisschen besser mal heute aus. Kann dazu Folge auch haben, weil die Zahlen der Inflation in den USA geringer ist als erwartet. Ich glaube, das lag bei 4,9% nur. Aber warten wir mal ab. Man kann sich ein bisschen freuen. Sieht vielleicht ein bisschen langsam aus nach einer kleinen Erholungsphase, aber ich wäre da noch ein bisschen vorsichtig. Es könnte immer noch ganz schnell runtergehen und warten wir einfach mal ab. Bitcoin hat ein Plus, was natürlich klar, der ein oder andere sagt wieder, ich heiße Bitcoin. Ich sage dazu Yippie, weil Bitcoin ist nun mal noch die treibende Kraft und im Moment sieht es ja mal ein bisschen entspannt aus. Warten wir mal ab, was morgen kommt, aber naja. So, heute hat WeShane den, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, den Schuss voll abgefeuert. WeShane Partner bilden Allianz mit Milliarden unter dem Microsoft und Goldman Sachs zum Start einer neuen, innovativen Blockchain. Deliote, Microsoft und viele andere Unternehmen schließen sich zusammen, um das Kanton Blockchain Netzwerk zu starten. Die Partner von WeShane wollen der Branche ein einzigartiges Blockchain Netzwerk zur Verfügung stellen, mit dem best bestehenden Mängel überwunden werden sollen. Das Kanton Netzwerk wird eine dezentrale Infrastruktur bereitstellen, die unabhängige Anwendungen miteinander verbinden, die mit Damen der Smart Contract Sprache, die von Digital Assets erstellt wurden. Kann natürlich WeShane auch, ne? Sollte ja auch klar sein. Er schafft ein Netzwerk der Netzwerke, das es bisher isolierte Systeme in den Finanzmärkten ermöglicht, mit denen für stark regulierte Branche erforderliche Gouvernanz, Datenschutz, Genehmigungs- und Kontrollmechanismen zu interagieren. So sind beispielsweise Vermögensregister und Bezahlungssysteme auf den heutigen Märkten getrennt und voneinander getrennte Systeme. Mit dem Kanton Netzwerk können eine digitale Anleihe und eine digitale Zahlung über zwei getrennte Anwendungen zu einer einzigen automaren Transaktion zusammengefasst werden, was einen gleichzeitigen Austausch ohne operationelles Risiko garantiert. Ebenso können die digitalen Assets oder Assets in einer besicherten Finanztransaktion über eine Verbindung mit einer Repo oder Leveraged Loan Anwendung verwendet werden. Das ist so geil, wenn das über das WeShane Netzwerk auch noch läuft. Jetzt nicht Bezahlung, da gibt es natürlich ein anderes, das wissen wir ja, aber Smart Contract und dann mit diesen Partnern, wo WeShane ja mit drin ist. Alter Fede! Wie gesagt, schaut euch WeShane an, vielleicht gefällt es euch ja. So, BNY Mellon, Ripple Partner, berichtet über die Einführung des neuen SWIFT Transaktionsmanager. SWIFT TM steht für den Weg von Messaging zur Erleichterung von Zahlungen. Okay, nennen wir es ja von SWIFT, ne? Ist ja auch okay. So, es ist mir eine Ehre, die Rolle des Executive Chairman bei RTGS Global zu übernehmen, dem Abwicklungsdienst der nächsten Generation der grenzüberschreitenden Echtzeitszahlungen und Liquiditätsmanagement bietet. Viele glauben ja, dass RTGS Global wirklich Ripple Konkurrenz ist. Ich kann euch nur eins sagen, nein ist es nicht. Die arbeiten mit Ripple, ja direkt oder indirekt kann man sehen, zusammen. Es ist eine Abrechnungsstelle, aber es gibt viele Abrechnungsstellen. R3 Chorda soll auch eine Abrechnungsstelle sein, kann ich mir auch gut vorstellen. RTGS, SWIFT wird später auch eine eigene Abrechnungsstelle natürlich sein. Natürlich behaupten sie, sie haben auch ein eigenes System. Kann man sehen, wie man will. Ihr kennt ja meine Meinung. Aber ich habe zu Markus, Trecher, auch noch etwas. Der gute Mann hat bei HSBC Bank gearbeitet. Bei SWIFT hat er nebenbei auch noch mitgearbeitet. Und oh, er war auch bei Ripple ein paar Jahre. Ihr seht, Ripple ist einfach überall. Natürlich kann man sagen, ja warum ist der denn gegangen? Er wollte neue Aufgaben haben. Darum ist er damals gegangen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ist ja auch nicht so schlimm, aber es gibt auch eine Verbindung zu Ripple. Deswegen, von daher müssen wir alle ganz entspannt bleiben. Es geht weiter, Leute. Es geht weiter. Ah, Transaktionen sind heute mal ein bisschen mau. Ich habe auch nicht viel drauf geguckt heute. Waren teilweise auch bei 60, 70, aber naja gut. Es ist ja unter der Woche, die europäischen Banken haben zu. Die US-Banken, naja, die haben andere Probleme als Transferen im Moment. Und Asien, ja, warten wir mal ein bisschen auf Asien noch, ne? So, das war es schon. Es gab heute nicht viel. Dann gab es noch einen Bericht heute, worüber ich gern gelacht habe, weil man gesagt hat, von wegen der Boden bei XRP ist er reicht. Und es wäre jetzt ideal oder der Aufstieg zu dem Allzeithoch wird jetzt kommen. Würde ich nicht ernst nehmen. Qualmis, moin! UK, der Gladiator läuft ein. Die Menge tobt und klatscht. Johannes, welche Menge? Ich sehe noch keine. Aber hallo zuerst einmal. UK, ja, halt, ne kleine Menge. Grüß euch erstmal. Ibidi, hi. Ottoran, moin Marcello und die Mannschaft. Aga Khan, guten Abend. Maras XRP, hallo Babo. Petsi, grüß dich. Mike, guten Abend, mein persönlicher Schamanenheiler. Oh, jetzt geht's wieder los. Zum ersten Mal gechattet. Blauer Pilot, grüß dich. Hallo. Aus Österreich. 23. Ich habe heute gelesen, dass die SEC 79 Kryptos als illegal erklärt hat. Darunter TerraUSD und XRP. Wenn es nach der SEC geht, sind 99,99% der Kryptos alles illegal, weil sie alle Wertpapiere nach deren Augen sind. Es betrifft, wenn die SEC etwas sagt, musst du immer eins vor Augen halten. Es betrifft nur die USA und in Asien. Asien ist wichtig für die Kryptowelt. 94. Grüß dich, Babo. Grüß dich. 23. Was war denn heute um 19 Uhr im Markt los? Da ging es in 5 Minuten krass runter. Mittlerweile haben wir uns ja schon wieder mehr als erholt. Kann ich dir nicht sagen, ne? Dann habe ich keinen Plan, was da wieder los war. Aber solche Schwankungen hast du auch noch öfters. Keine Panik. Blauer Pilot, bin echt gespannt, wann es losgeht mit XRP. Warte schon seit August 2017. Hey, ich warte schon seit 01.01.2017. Aber ganz entspannt. Da muss man echt keine Sorgen haben. Für mich ist XRP tatsächlich ein Selbstläufer. Du siehst ja auch, wo Ripple überall drin ist in der Finanzwelt. Und die Blockchain wird ja... Ja, die einen sagen, natürlich wird nicht genutzt. Und ich habe es ja schon öfters widerlegt, dass sie doch schon verwendet wird. Aber... Ja, im schlimmsten Fall müssen wir wirklich bis November 2025 warten. Wenn die Massenadoption kommt durch ISO. Aber... Ja, mein Gott. Dann sind das noch eben zweieinhalb Jahre so gesehen. Und... Die schaffe ich auch noch. Und du auch. Mit Lene. Gruß in die Runde. Kennst du welche, die eine Million V-Shane besitzen? Danke. Ja, ich kenne drei Leute. Warum fragst du? 23. Was ist das? V-Shane. Das, was XRP mit dem XRP Ledger für die Finanzwelt ist, ist V-Shane für die Industriewelt. Für Logistikbereich, Medizinbereich sind sie, in der Modebranche sind sie. Ganz groß bei denen in der Blockchain ist natürlich auch die Sicherheitszertifikate. Das heißt, fälschungssichere Produkte rauszubringen. Also von Partnern über die V-Shane Blockchain. Du kannst zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, dich bei V-Shane bewirbt. Sagen wir mal, du bist im... Ja, Coca-Cola, sagen wir mal. Und du willst, dass deine Coca-Cola mit den Flaschen natürlich fälschungssicher sind. Dann kannst du da einen QR-Code drauf machen. Über die V-Shane Blockchain natürlich ist es verbunden. Da können dann die Kunden sehen. Die haben auch eine App rausgebracht. Und wenn du das dann einscannst, woher kommt die Coca-Cola, was für Produkte sind da drin, Herstellungsart und, und, und. Und natürlich auch noch, dass es Original-Coca-Cola ist, sowas in der Art. Und man muss immer noch bedenken, V-Shane kommt aus China und gerade, dass da sowas herkommt, wegen Plagiat, sprich kopieren, ist schon eine mega geile Sache. Und V-Shane hat schon einen richtig fette Partner, so wie Renault zum Beispiel, auch in Deutschland Kühne und Nagel, DAXA, DHL glaube ich auch schon. Na, also es solltest du vielleicht mal angucken, vielleicht gefällt es dir. Also, wie gesagt, ich hab's, aber das heißt jetzt nicht, dass es eine Garantie ist, ne? Nun, Petsi, hey, Maras, achso, Kryptonite Old, sanfte, mein Lieber, grüß dich, Argon, guten Abend, Marcello, Tribun, Hallöchen an alle, Maximus, hallo Maestro und hallo an die gängigen. Ah, an die Gang, okay. Oh, ich glaube, ich brüte wieder was aus. Benno Quark, hallo MC, 23, jo, ich bin jetzt auch etwas ruhiger. Ich habe mich etwas eingelesen und man hat mir empfohlen, dass ich mir einfach vorstellen soll, dass ich schon Millionär bin und einfach schon so denken soll. Ich werde dann sicherlich eh nicht mit Geld um mich werfen. Überlege auch vielleicht nächsten Monat schon den Job zu kündigen. Das ist eine ganz doofe Idee wieder von dir. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, weil du kannst erst deinen Job kündigen tatsächlich, wenn du auch das Geld auf deinem Konto hast. Solange würde ich noch die Füße stillhalten und ganz normal so weiterleben wie bisher. Kirch, grüß dich, MC. Die Mike sei, steigt doch ganz gut gerade. Und solange wir dich hören, fast täglich ist doch alles gut. Ja, es ist doch eh alles gut. Im Moment ist es halt der normale Kryptomarkt. Es ist der normale Zyklus. Ich weiß, es klingt voll bescheuert. Man kriegt Nachrichten auch bei WeShane. So, WeShane, mega Ansage. Kommen wir mal. Normalerweise müsste der Coin ja jetzt in die Luft fliegen. Also so 10% machen. Sagen wir mal. So, was haben wir? 1 Stunde sind 0,76. 24 Stunden 2,67. Ist nicht dolle. Nach so einer Ankündigung müsste der normalerweise abgehen wie ein Zäpfchen. Aber es ist nun mal nicht so. Die Zeit ist noch nicht so, dass die Big Player ins Spiel kommen und da richtig fett die Kohle wieder reinpumpen. Von daher, alles gut. 23, der XRP Rebound. Seit 19 Uhr ist sogar besser als der von Bitcoin. Naja, gut. Bitcoin ist sowieso am Kämpfen die ganzen Zeit. Jetzt mit dem Mimicoin zum Beispiel. Da ist viel Geld von Bitcoin nämlich da reingeflossen auch. Und dann die Überhitzung des Netzwerkes von Bitcoin. Das ist kein gutes Zeichen gewesen für die Leute eben mal. Zum Beispiel auch Abhebung von Bitcoin. Also Verkauf und so einen Scheiß oder zu transferieren. Ist nicht gerade günstig gewesen in letzter Zeit. Ist doch klar, dass dann der Geldfluss in Bitcoin eben halt ein bisschen gestockt hat. Von daher. Ach, ich würde ganz entspannt bleiben. Wichtig ist tatsächlich eher entweder jetzt für XRP natürlich, dass die Anwendung hochgefahren wird. Das wird aber vielleicht noch ein bisschen dauern. Muss man auch noch auf die Klage abwarten. Dann kommt erstmal der dicke Pump. Und zweitens ist immer noch wichtig, nur eine einzige Sache auf den Kryptomarkten. Das ist der Bullenmarkt. Und den haben wir noch nicht. Dazu fehlt uns noch das Bitcoin Halving. Damit die Bitcoin Industrie natürlich den Kurs künstlich hoch pusht. Und am besten noch, wenn noch so eine Nachricht kommt, von wegen, dass Banken jetzt intensiver Kryptos an ihre Investoren geben. Dann wird gepumpt ohne Ende. Und ich glaube, genau dieses Szenario könnte sehr gut eintreffen. Single Bear. Hallo MC. Liebe Grüße aus der Schweizer Bergen. Grüß dich. Friedel. Moin. Ricotta. Der ist wirklich nicht der Hellste. Das muss jeder wissen. Single Bear. XRP und WeShane. In beiden Projekten sehe ich mega Potenzial. Ja, das sehe ich nicht anders. Ganz ehrlich. Sonst würde ich WeShane zum Beispiel auch nicht repräsentieren hier so ein bisschen. Aber wie gesagt, sollte sich jeder selber mal angucken und wem es gefällt. Naja, weiß man ja, was man machen muss. Allein wenn WeShane auf 1 Dollar steigt, sind das schon ein 50 Mal das Vergessene Viele. Also ich habe mein Ziel sogar mittlerweile ein bisschen höher gesteckt. Naja, ich habe ja immer gesagt, so 1 Dollar ist Minimum bis 50 Dollar. Ich gehe sogar aus vom Bullenmarkt, dass Minimum 2 Dollar bis 2 Dollar 50 bis 70 Dollar ist. Ich meine, selbst 50 Cent wären schon mega geil. Oder 1 Dollar. Klar, gar kein Thema. Aber doch, ich könnte mir vorstellen, dass WeShane wirklich so bei 2 Dollar, 2 Dollar 50 mindestens erreichen könnte. Aber wie gesagt, das ist nicht ein Stein gemeißelt und ob ich recht habe, werden wir im Bullenmarkt sehen. Benno Quark, können wir bald über Zoom direkt XRP kaufen? In UK wohl schon möglich. Hast du was gehört? Danke MC. In Großbritannien und Holland, Belgien und ich glaube Frankreich und Spanien sind jetzt dabei zu integriert werden. Deutschland leider noch nicht. Aber gut, du kannst ja auch über ein Hardware Wallet direkt XRP kaufen. Musst ja nicht auf Zoom Wallet das machen. Oder eben halt im klassischen Stil, wie ich das ja mache, auf Börsen. Alexander, guten Abend MC. Du, wie bekomme ich eigentlich die WeShane Tor gratis? Muss ich einfach nur WeShane auf mein Wallet halten? Oder was muss man da machen? Zumindest habe ich nie welche erhalten. Kommt drauf an, wo du die hältst. Es gibt auch Börsen, da kriegst du die. Ich glaube, mit Vavo kriegst du die. Ich kenne mich aber mit der Börse nicht aus. Bin ich nicht da. Dann, ich habe sie natürlich auf dem XRP Ledger. Aber ich habe sie nicht direkt auf den XRP Ledger geschickt, sondern ich habe die auf die Sync App geschickt. Und die habe ich natürlich mit dem XRP Ledger verbunden. Und da kriege ich meine WeShane Tor automatisch in. Ich muss nichts machen. Soll aber auch, und das muss ich auch noch machen, das sage ich schon seit Monaten, soll auch auf dem Decent Wallet gehen. Also die WeShane auf Decent schicken. Und die haben auch eine direkte Verbindung. Und dann kriegst du auch die WTHO Token. Nur Petsi, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass 23 ein toller Troll ist. Sorry. Kann ich nicht sagen. 23, da ist er ja. XCC ist ja die letzten Tage böse runter und hat sich im Vergleich zu den anderen Coins überhaupt nicht wieder erholt. Es sind im Endeffekt alle tierisch böse runtergegangen. Und ist ja auch verständlich. Eine Börse ist hops gegangen. Und das Bitcoin-Netzwerk war total überlastet. Plus, ich sage mal überlastet, man sagt ja normalerweise dann überhetzt, weil die Gebühren so extrem hoch sind. War bei Ethereum genauso die letzten Tage. Und ja, das wird alles noch kommen. Wie man so schön sagt, alles was runter geht, geht auch wieder hoch. Oder wie eine Arbeitskollegin mit zu mir gesagt hat damals, da musst du einfach durch. Augen zu und durch. Ich habe mich 2018 tierisch über den Bärenmarkt aufgeregt. Das war schon ein bisschen heftig für XRP-Inhaber. Aber gut, ist halt so. Da müssen wir jetzt alle durch. Johannes, ja, grüß Gott oder sonst wen ihr wollt. Ja, grüßt ihn selber zusammen. Ich bin bereit für ein wenig entspannte Geplapper. Grüße an alle aus Basel. Äh, Gruß an alle aus Basel. Aber ein bisschen Zeit habe ich noch. Nicht viel, aber ein bisschen. 23, ich habe diese Zoom Soft Wallet die Tage mal aktiviert. Da muss man ja 10 XRP überweisen. Aber diese 10 XRP sind da jetzt geblockt. Irgendwie bekommt man die wieder zurück irgendwie. Oder sind die jetzt durch die Aktivierung der Wallet für immer weg. Diese 10 XRP sind eine Sicherheitsfunktion von Ripple-Technologie. Die musst du immer, wenn du ein Hardware-Wallet hast oder eine Software-Wallet, musst du immer 10 XRP hinterlegen, damit die Wallet aktiviert wird mit den XRP. Es könnte sein, dass irgendwann Ripple auf die Idee kommt und das auch weiter runterstuft. Das haben sie zum Beispiel schon. Als ich angefangen habe, da waren das 20. Dann waren es 15. Und jetzt sind es nur noch 10 XRP. Die kannst du aber irgendwann natürlich auch runterkriegen. Umso höher der Kurs ist, umso stabiler es ist, werden sie sicherlich die Sicherheitsfunktion auch weiter runtersetzen. Welcher Coin hat für den Bullrun mehr Potenzial? WeShane, Dent, AMP. Was würdest du tippen? Das ist ganz böse. Nimm am besten noch Veracity dazu. Dann bin ich sprachlos. Aber ich tappe mal ganz stark auf WeShane. Johannes, WeShane. Ja, das tippe ich auch. Ich denke schon, so 2 Dollar könnte er erreichen. Vielleicht sogar auch mehr. Und dann von 2 Cent auf 2 Dollar. Das sind ein paar Prozente, die er machen könnte. Single Bear. WeShane, 7 oder 10 Dollar. Halte ich für krank. Das wäre 50.000 Prozent. Okay, was sagst du dazu? Ripple, Bullrun, 2017, 35.000 Prozent. Ohne Verwendung, einfach nur Pump. Und jetzt überleg nochmal deine Aussage. WeShane hat zum letzten Bullrun noch mehr Partner, noch mehr Verwendung. Das System ist mega geil. Und warten wir mal ab. Es wird krank. Ich sage ja, der nächste Bullenmarkt wird für einige echt richtig krank sein, die Coins. UK, Pepe, laut lacht. Naja, also Pepe hat gut losgelegt mit dem, was es kann. 21, ach so. Also im Moment, wenn der Mindestbetrag bei 10 XRP ist, für die Zoom Wallet sind die jetzt wirklich erstmal weg. Ja, da kommst du erstmal nicht ran. Das ist auch so, wenn du jetzt zum Beispiel dir ein Hardware Wallet holst, das erste Mal das einrichtest, du hast noch gar kein Hardware Wallet. Und du schickst da XRP hin, dann werden da auch zur Aktivierung der Wallet, also diese XRP Wallet sage ich jetzt mal, auch diese 10 XRP natürlich müssen da rauf sein. Wenn du da 2, 3 hinschickst, wird das nicht aktiviert. Du musst diese 10 XRP da hinschicken und dann wird es gelockt. Aber an die kommst du später natürlich ran, wenn sie die Grenze wieder runtersetzen. Und das wird passieren. Ja, 2017 waren es glaube ich 20, dann war es zwischendurch bei 15 haben sie runtergesetzt. Und dann hat David sich nochmal stark gemacht und da haben die Validatoren auch gesagt, okay komm, machen wir auf 10, das würde auch reichen. Und so wird das später auch sein. Nehmen wir mal an, XRP ist wirklich so, wie ich sage, es ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Ne, ist ja auch nur meine Meinung, aber nehmen wir mal an, XRP ist so bei 100, 200 Dollar schon mal. Dann wird sicherlich die Obergrenze auch weiter runtergestuft. Single Bear würde auch sagen, V-Shane hätte das meiste Potential von den 3 Coins. Ja, absolut, absolut, das ist, also was die da auf die Beine stellen, das vergleiche ich schon mittlerweile mit Ripple. Also ganz ehrlich, das ist genial, was die da abziehen. Grizzly, da ist man schon bei Twitch und bekommt 20 Minuten später die Benachtigung, dass du on bist. Ja, das haben mir schon viele gesagt. Viele haben auch schon gesagt, von wegen, man muss sich die App vielleicht von Twitch runterladen, sich darüber natürlich anmelden, einmalig. Ähm, und dann bekommt man da angeblich schneller die Benachrichtigung. Mit Liene, Haber und Stellar Lumens, welches Projekt hat zukünftig mehr Potential? Ja gut, Stellar ist abhängig von Ripple, ne? Das ist ja klar, weil die arbeiten ja, die sind ja Konkurrenten, aber die arbeiten ja zusammen wegen dem Bankbereich. Haber, weiß ich nicht, ich kann da Haber echt nicht finden, wo ich sage, okay, im nächsten Bullenmarkt wird der sicherlich 4, 5 Dollar vielleicht schaffen können. Es ist ein Megapotential, auch Hinterhaber, aber ich denke, die brauchen noch Zeit. Die sind noch nicht so weit. Sanremo, sonnige Grüße aus Teneriffa. Grüß dich, Remo. Mike, denkst du, nach dem kommenden Bullrun wird XRP wieder auf Platz 2 stehen? Viele sagen, XRP könnte Bitcoin niemals überholen. Technisch nicht machbar. Siehst du das auch so? Kenn mich da leider überhaupt nicht aus. Also, ich könnte es mir vorstellen, wenn XRP natürlich, oder sagen wir so der XRP Ledger, tatsächlich im Bankbereich verwendet wird. Richtig schön mit Schmackes. Was ja November 2025 kommt. In meinen Augen. Technisch gesehen muss man es so sehen, dass XRP Bitcoin 2.0 ist. Das muss man sich echt vorstellen. Es ist so. Bitcoin war der Vorreiter und XRP ist die verbesserte Version von Bitcoin, die tausendmal besser ist. Und natürlich von jeder Regierung, ja gut, außer von einer kleinen, miesen Behörde, eben halt akzeptiert wird auf der Welt. Macht das Bitcoin auch? Ich glaube nicht. WeShane zum Beispiel auch wird auch überall akzeptiert. Aber ja, das ist das, wovor die Bitcoin-Maxis Angst haben. Dass tatsächlich ihr geliebter Bitcoin nicht mehr auf Platz 1 steht. Nicht wegen dem Kurs. Da wird Bitcoin sicherlich immer Nummer 1 bleiben im Gegensatz zu XRP. Da wird immer höher sein. Aber ja, XRP wird Bitcoin übertrumpfen. Und dann wird es die Abkopplung geben von Bitcoin. Weil dann werden die Börsen, allein die ODL-Börsen, werden dann die Währungspaare umändern. Und das zugunsten von XRP. 23. Auf Twitch-App auf Telefon kommt die Allertmeldung direkt nach einer Sekunde. Ja, siehste, habe ich doch recht gehabt. Dankeschön. Serafino, hallo an alle. Johannes, mein Bruder, hat mir gestern auch telefoniert und gesagt, warum hast du mir nichts von dem PP-Coin gesagt. Ich habe ihm gesagt, dass das nichts für uns ist. Es sei für mich wie ein moderner Schneeballsystem. Die Ersten werden reich und die, die später kommen, bezahlen dies und verlieren ihr Geld. Ja, verlieren nicht, aber die werden lange, lange warten müssen, bis die Kohle wiederkommt. Es könnte auch sein, dass PP noch weiter steigt. Da möchte ich nie abstreiten. Aber wie gesagt, ich habe euch ja gezeigt, was PP ist. Und ich würde da nicht einen Cent reinstecken. Natürlich freut es mich ja auch für alle, die da Gewinne mitgemacht haben. Aber für mich persönlich, dafür ist mir mein Geld zu schade, um so ein Risiko auch noch einzugehen. Wie du schon sagst, ich glaube nicht, dass es weiter groß wird. Single Bear. Müsste ich mich für drei Coins entscheiden, nehme ich, XRP, V-Shane und Bitcoin, um auf Nummer sicher zu gehen. Auch wenn Bitcoin nur um ein C-faches ansteigt, um die 120.000 Dollar im nächsten Bullrun. Ja, da hast du recht eigentlich. Also wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, dann klar, Bitcoin. Das Problem bei Bitcoin ist eben halt, wenn du mit Kleingeld reingehst, machst du auch nur kleine Gewinne. Also bei Bitcoin ist wirklich das einzige Problem, was ich als Investment da sehe. Du musst wirklich mit viel Geld da reingehen, um auch vernünftig was rauszuholen. Und ich sage mal so, wenn du zum Beispiel bei VeroCity mit 1000 Euro reingehst oder ganz tief gekauft hast, mit ein paar Hundertern könnte passieren, dass du da die 10.000, 20.000 Euro tatsächlich rausholst. Grizzly, hab gehofft, dass schon das Ende Mai ist. Da bin ich im Urlaub mit einem, der sagt, Krypto ist Geldverschwendung. Ja, dann soll er auch bitte bei sein Aktien und ETF oder wo auch immer er da sein Geld reinbuttert bleiben, weil da hat er natürlich total recht, weil da siehst du ja, man, wir buttern jetzt schon seit zwei Jahren und so gesehen Geld da rein, vielleicht kommt noch ein drittes Jahr dazu, bis der Bullenmarkt reinkommt. Wir sind nicht groß im Plus, wir haben keine großen Gewinne gemacht. Ja, aber im vierten Jahr werden wir die dicke Profite uns dann eben halt vom Markt holen, abgesehen von XRP. Das nehme ich jetzt mal raus, wir gehen ja nur nach der Markt und nach dem Pump. Und, ähm, ja, ich hätte doch total recht, ne? Deswegen, äh, ich verbrenne ja nur reihenweise mein Geld auf dem Markt. Deswegen, also, Gott sei Dank habe ich keine Ahnung und ich habe nur so ein blödes Halbwissen. Da bin ich so glücklich drüber. Single Bear, Vierfaches. Ah, okay, ja, klar. Aber Bitcoin ist wirklich so ein Garant, wo man sagen könnte, okay, der macht die 120. Ja, aber würde ich auch sagen, ne? Also 120 sollten eigentlich drin sein beim nächsten Mal. Serafino, wenn du noch nicht dein Bestand von XRP zusammen hättest, wie lange würdest du noch weiter kaufen? Bis zum Bullrun? Also ich habe gesagt, abgesehen jetzt von XRP, ne? Also ich werde jetzt persönlich weiter entspannt noch kaufen bis zum 5. April, also bis zum Bitcoin Halving nächstes Jahr. Danach lasse ich die Finger davon, außer es kommt noch irgendein geiles Projekt in mein Auge, wo ich sage, wow, geil, noch günstig und könnte was werden. Aber ansonsten würde ich sagen, ganz klar, bis zum 5. April würde ich noch kaufen. Ich? Also bis zum 5. April werdet ihr auch noch gute, niedrige Kurse haben, weil ihr wisst ja, was passiert, wenn ich kaufe. Aber danach nicht mehr. Danach warte ich tatsächlich nur noch in lauer Stellung und schauen wir mal, was der Markt mir bringt. Feuerbirne, hallo Marcello und der Rest der Bande. Oh gar, Krypto und insbesondere XRP ist Geldverbrenner. Wissen wir, grinsen und kaufen nach. Ja natürlich, irgendwann muss ja wieder ein bisschen Treibstoff ins Feuer bringen, ne? Johannes MC, mit 0,01 Dollar bekommst du aber schon 5.344 PP-Coins. Das freut mich ja auch. Aber pass auf, ich kaufe keine Hunde-Coins. Ich kaufe auch ganz besonders keine Coins, wo so ein dämlicher Frosch drauf ist. Das ist für mich so, nee, das geht gar nicht. Allein schon von der Münze her, vom Aussehen, nee. Ist natürlich schmackhaft, ne? 5.344 PP-Coins für 1 Cent. Also das ist ja schon echt ein Schnapper eigentlich. Aber, nee, ich lasse das lieber den anderen. Ihr könnt es euch ja auch gerne holen, ne? Ich sage ja nicht, dass ihr dann Idioten seid, aber... Nee, ich brauche PP nicht. Das ist so... Nee. Ich habe gar kein Wissen, aber ich habe dich MC. Um Gottes Willen, ja, das ist aber der Fehler. Du weißt doch, ich mit meinem Halbwissen, der XRP-Fanatiker, der XRP-Maxi, der hat doch eh keine Ahnung. Der guckt ja nicht nach links und rechts... Ach nee, das sind ja die Bitcoin-Leute, die ja nicht nach links und rechts gucken und nur Bitcoin haben. Mike, falls Ende 2025 keine 100 Dollar stehen, wird das Treffen von der Insel auf San Francisco verschoben. Und unsere 193 Meter Hühne klopft an die Tür mit unseren Army dahinter. Ja, das könnte passieren, dass ich natürlich im Bullenmarkt ja ein paar Euro mache mit den anderen Coins. Und dann kann ich mir ja natürlich auch ein kleines Flugticket leisten. Und wir sicherlich auch. Da machen wir mal ein bisschen Urlaub in San Francisco. Soll ja auch eine schöne Stadt sein, ne? Und Kaffee trinken kann man da auch gut. Johannes, nee, nee. Dann lieber nochmal Shiba Inu. Ja, das ist auch der Hundekoi, ne? Aber... Warum nicht, ne? Warum nicht? Aber ist besser als der Frosch. Weil... Ich weiß nicht. Also ich würde mir ja nie Shiba Inu kaufen, ne? Ich habe ja diese Abneigung. Heißt ja nicht, dass sie scheiße sind. Aber was Shiba Inu da so die letzten zwei Jahre da so langsam auf den Pott gebracht hat, ne? Also was so die Entwicklung betrifft, muss ich es doch sagen. Respekt. Ne? Hätte ich nicht gedacht. Mit Linien. Wir werden wir vom Ende des Prozesses erfahren. Via Medien oder Preisexplosion? Also ich gehe ganz stark davon aus, dass es wieder das Klassische sein wird auf der Kryptowelt. Wenn das Ende naht, dann wird der Preis natürlich explodieren. Weil dann schon Insider vorher Bescheid wissen. Das ist immer so. Das heißt, wenn der Markt jetzt zum Beispiel so ruhig ist wie hier, ne? Das ist ja ein ganz entspannter Markt. Und der XRP-Kurs ist dann rein zufällig bei 5 bis 10 Prozent aus heiterem Himmel. Von jetzt auf gleich. Nur der XRP-Kurs. Alle anderen sind so in diesem Bereich einfach. Dann weißt du, da ist irgendwas passiert. Dann kannst du schon mal sicher sein, dass in den nächsten 1, 2 Stunden wahrscheinlich irgendeine News kommt. Von daher. Aber wie gesagt, ich schätze mal, der eine oder andere hat ja schon gut seine Taschen gepackt mit XRP. Und man kann ganz entspannt eigentlich weitermachen. Also wie gesagt, ich kaufe auch entspannt weiter. Und diesen Monat jetzt nicht. Ich habe jetzt diesen Monat, ja, ich habe Finanzamt überwiesen und ich warte mal bis nächsten Monat, ne? Ebiti, wenn alles so läuft, wie du es dir vorstellst, wann wirst du dann mindestens die Hälfte deiner XRPs verkauft haben? Weil sie den Wert erreicht haben. Also ich werde niemals die Hälfte meiner XRPs verkaufen, weil ich habe ja nur 3 XRPs. Von diesen 3 XRPs werde ich maximal 10.000 XRPs verkaufen. Der Rest kommt in mein Bankschließfach und den kriegt entweder meine Tochter, also mein Nanoledger mit den XRPs drauf, kriegt entweder meine Tochter, wenn sie 18 ist und vernünftig ist, oder halt wenn ich tot bin. Dann vererbe ich ihr das. Elias, Elias, Navind, was gibt es Neues bei Ripple und SEC? Da gibt es eigentlich gar nichts, da sind wir immer noch auf lauer Stellung und die Taurus, tja, lässt auf sich warten, ne? Müssen wir mal gucken. Ich gehe ja von Juni vielleicht aus, dass da was kommt, aber wie gesagt, es kann keiner irgendwie sagen, irgendein Datum oder sonst irgendwas. Also nach einer Einigung, denke ich, wird es nicht mehr kommen, ne? Weil Ripple hat ja schon gesagt, vor ein paar Monaten, von wegen, sie haben schon so um die 100 Millionen ausbezahlt für den Prozess. Und jetzt kam ja raus, dass sie bis Ende des Prozesses höchstwahrscheinlich 200 Millionen bezahlen, circa. Das heißt nicht, dass sie das machen, sondern vielleicht auch ein bisschen weniger. Das sieht für mich nicht aus wie ein Unternehmen, was auf eine Einigung aus ist, ne? Was so eine dicke Anwaltsrechnung schon hat. Wann wirst du die 10.000 XRPs verkauft haben? Ähm, EBD, ich werde anfangen bei 250, 300 Dollar die 10.000 XRPs zu verkaufen. Bin ich ganz ehrlich. Dann habe ich 2,5, 3 Millionen Dollar ungefähr. Das sind ungefähr so, sagen wir mal Pi mal Daumen 2, 2,8 Millionen Euro. Das reicht für mich, ne? Ich brauche nichts Fettes, von daher, das reicht für den Rest meines Lebens. Und das werde ich einen Großteil anlegen und dann werde ich von den Zinsen einfach leben. EBD, wenn alles so läuft, wie du es dir vorstellst. Ja, ne? Elias, Elias, hast du noch deine Holoshane? Natürlich habe ich meine Holoshane noch. Warum sollte ich die loswerden? Das ist ja noch kein Bullenmarkt. Die werde ich auch weiterhin behalten bis zum Bullenmarkt, ne? Oder auch im Bullenmarkt natürlich. Johannes, ich habe 3 XRPs, davon verkaufe ich maximal 10.000 XRPs. Finde den Fehler. Tja, was soll ich sagen, ne? 3 XRPs sind immer noch mehr wert als 10.000 XRPs. Single Bear, danke MC für den Tipp. Mit Veracity, habe 400% nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Bei Bitcoin, da habe ich für XRP und V-Chain meine Investition schon raus. Da nicht für, freut mich. Siehst du, das finde ich geil, ne? Dass ihr mir einfach bestätigt, oh geil, du hast den Coin nur vorgestellt. Findest den ja auch geil. Ich habe ein bisschen was reingestackt. Ich habe 400% voll gemacht damit. Geile Sache. Das freut mich. Habe ich XRP und V-Chain meine Investition schon raus? Achso, und XRP steigt auf 20, 25 Dollar und V-Chain auf 1 Dollar. Ich habe gelernt, immer etwas sicherer in der Hand zu haben. Genauso habe ich einige 1 Kilo Silberbahn als Krisenschutz, falls überall die Lampen ausgehen. Ja, okay, kann man ja machen. Trotzdem, bitteschön, bitteschön. Und Veracity, der wird noch mehr bringen. Keine Panik. Ebidi, wann wird der Kurs bei 250 stehen? Wenn das tatsächlich alles so eintrifft, wie meine Meinung ja ist, dann gehe ich ganz stark davon aus, dass es so ungefähr kurz vor November 2025 eintreten müsste. Serafino, wenn der Kurs von einem Coin so stark nach oben geht in einem Jahr und man will verkaufen, muss man ja Steuern zahlen. Mit welchem Steuersatz muss man rechnen? Mehr als 19%, oder? Kommt drauf an, wenn du jetzt in Deutschland bist, dann musst du mal gucken, auf deiner Einkommenssteuererklärung, da steht ja auch dein persönlicher Steuersatz. Den musst du dann nehmen. In Österreich sind es 25%, wenn ich mich nie irre. Aber wie gesagt, wenn es soweit ist und du brauchst einen Steuerberater, weil du weißt, oh Mist, die waren nicht steuerfrei, dann gehe ich zum Steuerberater. Tatsächlich. Weil diese, ich weiß ja nicht, wie viel man zahlen muss, da mit dem Steuerberater vielleicht 200, 300 Euro, die sind es dann auch tatsächlich wert. Sollte man wirklich dann nehmen und nicht so geizig sein und sagen, oh, dann weiß der Staat nicht. Ich, um Gottes Willen, bloß nicht. Ich hatte zum Beispiel heute auch eine Telefonnaht mit einem Finanzamt, da war ein netter Herr auch dran, weil ich ein paar Fragen auch hatte. Und da sind wir auch so auf Krypto gekommen und ja, die kennen sich damit aus mittlerweile. Also der Herr kannte sich am Telefon sehr gut mit Krypto, bei der Einkommenssteuer und alles auch aus, weil ich ihn gefragt habe, wenn ich digitale Werte verkaufe, wie muss ich das denn so versteuern? Weil ich stelle mich einfach mal ein bisschen blöd, um zu gucken, ob sie überhaupt drauf haben. Und ja, es ist nicht mehr so wie damals, dass sie keine Ahnung haben. Ich schätze mal, die haben schon so ein paar Fortbildungen machen dürfen. Und also ich würde es nicht hinterziehen. Gibt es tatsächlich bitte immer an bei der Steuer? Ja, weil wenn man einmal bescheißt und das rauskommt, dann hat man kein ruhiges Leben mehr. Und man weiß ja, wenn man das Finanzamt bescheißt, ist man tatsächlich mit einem Bein schon im Knast. Johannes, meine China-Glaskugel hat gesagt, XRP 250 am 24.02.2024 um 17.53 Uhr. Keine Anlageberatung. Na gut, das Problem ist mit deiner China-Kugel, einmal lagst du recht und einmal nicht. Also 50-50 Chance, dass es stimmt. Obwohl du hast gesagt, 1. Mai. Das würde... Oh, das ist aber hart. Nehmen wir mal an, du hast ja nicht das Jahr gesagt. Und nächstes Jahr im Mai haben wir 60 Cent. Und da vom Februar auf Mai auf 60 Cent runterkriegen, das wäre ein bisschen brutal. Das ist für mich. Aber gut, nehme ich auch. Ja, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, was es uns noch bringt. Könnte sein, dass wir jetzt endlich mal durch sind, ein bisschen aufatmen wieder können und jetzt wieder ein bisschen bergauf geht. Würde ich nichts dagegen haben, jetzt nicht um Gewinne zu machen, weil Gewinne mache ich nicht jetzt. Aber es ist schön zu sehen, wenn das Portfolio mal ein bisschen wieder anwächst. Aber nichtdestotrotz, ja, man muss wirklich ein bisschen entspannt sein, weil das, was wir jetzt haben, das ist eine ganz normale Situation. Und noch dazu, man muss immer bedenken, der Markt hat noch nie eine Weltwirtschaftskrise und Bankkrise mitgemacht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, hält er sich eigentlich gut. Auch nach dem neuesten Absturz, den wir hatten, sehe ich keine Probleme. Absolut nicht. Ich bin sehr zufrieden sogar mit dem Markt. Da wird natürlich der eine oder andere auch gleich wieder sagen, ja, aber guck dir die Kurse an. Ja, es ist normal, wir haben keinen Bullenmarkt. Dafür sind die Kurse sogar sehr gut noch. Gabrem, nexpp ist Kevin Token und Twitter Joint. Nein, danke. Um Gottes Willen. Nein, nein. Ich will mit Pepe und diesem ganzen Quatsch nichts zu tun haben und Kevin Token. Nein, klingt für mich nicht gut. Johannes, Steuerhinterziehung. Moment, gleich geht's weiter. Steuerhinterziehung. Nein, danke. Man hat ja sehr viel Geld gemacht. Wenn alles so kommt, wie wir glauben und um das zu genießen, zahle ich gern die Steuern. Ja, ganz ehrlich, also im Endeffekt, ich zahle ja auch gerne Steuern. Also in Deutschland zahle ich wirklich gerne Steuern. Abgesehen von dem, was die da jetzt da oben machen, müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn ich bedenke, was mit den Steuern gemacht wird, wird der eine oder andere auch wieder meckern. Ich meine damit eine ganz gewisse Sache. In Deutschland muss wirklich kein Mensch hungern. Im Endeffekt. Und dafür zahle ich wirklich gern Steuern. Und so schlecht, wie es eigentlich im Moment geredet wird, geht es uns in Deutschland eigentlich noch nicht. Es könnte uns schlecht gehen, aber im Moment sieht es noch gut aus. Und deswegen zahle ich auch wirklich gern Steuern. Deswegen, ich habe hier einen Steuerbescheid, wenn ich den euch zeigen würde. Der würde der eine oder andere dann vom Stuhl fallen, wenn er sehen würde, was ich an Steuern gezahlt habe heute. Aber ich habe es auch gerne gemacht. Ich sage nicht von wegen, oh scheiße, warum muss ich das bezahlen? Das sind die richtige Diebe. Nein, tue ich gar nicht. Ich habe immer gerne Steuern gezahlt in Deutschland. Mike, meine Oma hat immer gesagt, man soll nicht meckern, dass man Rechnung hat. Man soll dankbar sein, dass man die Rechnung zahlen kann. Richtig. Bin ich auch. Na gut, ich bin ja so so auf dem Boden geblieben. Das sagen ja einige. Weil ich brauche kein dickes Haus. Ich brauche kein dickes Auto. Meine Klamotten, wollen wir lieber nicht drüber reden, wie alt die sind teilweise. Ich stehe nicht so auf Markenklamotten und alle. Ich ziehe auch eine 10-Euro-Hose an, statt eine 100-Euro-Hose. Für mich sind andere Sachen wichtig, wie Kühlschrank voll. Ich kann alles bezahlen. Rechner funktioniert. Das ist für mich sehr wichtig. Meine Tochter kriegt alles, was sie sich wünscht. Wenn sie natürlich vernünftiger ist. Wenn sie nicht vernünftiger ist, kriegt sie dann auch nichts. Es gibt auch Strafe bei mir. Jetzt nicht Klopperei, aber es gibt andere Methoden, wie man Kinder bestrafen kann, ohne sie zu prügeln. Und später in der Pubertät gibt es auch so die geilsten Strafen, wo man sich noch nicht mal anstrengen muss. UK, bitte nicht auf den PP-Hype aufspringen und in irgendwelche Non-Name-Mimi-Coins reinbuttern. In der Hoffnung, morgen bin ich Millionär. Dann kannst du auch Lotto spielen. Ich habe dir doch schon mal ein Portfolio gezeigt. Ich habe keine Mimi-Coins und ich werde auch nie Mimi-Coins mehr kaufen, weil ich stecke mein Geld, gehe ich lieber dieses Glücksspiel ein, sage ich mal so, in innovative Coins, wo wirklich auch da was hinter steckt. Weil ich will keine Mimi-Coins haben. Und besonders nicht, wenn ich die auch noch auf meinem Hardware-Wallet schieben kann. Ich möchte mein Hardware-Wallet nicht noch mehr verdrecken. Da ist noch Tron drauf und das reicht mir schon. Johannes, ja, wir dürfen froh sein, dass wir in D, Ö oder C, H geboren wurden. Ja, auch Italien ist gut. Und Spanien, also so Südwest-West-Europa. Da kann man wirklich von Glück reden. Deswegen, wir meckern ja eigentlich alle auf einem extrem hohen Niveau. Und dass die, die uns führen, ob jetzt ein D, Ö oder C, H ist, die teilweise die größten Idioten sind, die in der freien Wirtschaft nicht mal als Straßenkehrer zu benutzen sind, ist ja klar. Das haben wir ja jetzt gesehen in der Krise, wie sie überhaupt was machen, jetzt nicht nur in Deutschland. Gibt auch andere Nationen, die haben genau solche Kasperle da oben. Und da sieht es nicht besser aus. Nur da wehrt sich die Bevölkerung ein bisschen schneller als in Deutschland, oder Österreich, Schweiz. Singleware, hallo MC, bin schon etwas älter wie du, mit 54 und muss man mit der Zeit bisschen mehr ein Auge auf Sicherheit haben. WeShane XRP als meine größten Investment sind schon krass. Alle meine Freunde sind deutlich jünger und die haben noch nie was von WeShane XRP, Ripple oder Cardano gehört. Und sie haben Restaurants oder gar Hotels, die sie führen und besitzen. Ja, das Problem ist einfach, was die Kryptowelt betrifft, wenn du anfängst mit Kryptowelt oder mal die fragst von wegen, ey, ich bin in Kryptos investiert, dann kommt meistens die Antwort, oh, hast du Bitcoin? Oder wenn du Glück hast, findest du noch einen dabei, der sagt, ah, okay, Bitcoin oder Ethereum, was hast du denn davon? Alles andere kennt man nicht in Europa. Gut, die Franzosen, Spanier und Portugiesen sind natürlich ein bisschen weiter, die Engländer auch, aber ich habe so das Gefühl, dass Deutschland und Österreich sehr hinterher hingen. Schweiz, ja, geht auch langsam mehr das Interesse natürlich dahin, aber es liegt auch daran, weil die Schweiz in meinen Augen auch so klein, ähm, klein Asien ist, was die Kryptowelt betrifft. Na, also die machen wirklich viel dafür und, ähm, sträuben sich auch nicht bei neuen Innovationen. Uka, von Tron soll der Ledger kaputt gehen. Hehehehe, ich habe nur eine ganz kleine Menge und, hehehe, ich habe ja ein paar Nano Ledger bei mir rumliegen, von daher, alles gut, ich komme immer an meine Münzen. Hehehehe, ja, es ist so ein kleiner Schandfleck bei mir auch, ne, mit Tron, äh, Wink und, ähm, ähm, oh, wie hieß der andere noch? Also, ich hatte drei Tronnenmünzen das letzte Mal, ähm, beim letzten, ähm, Bullenmarkt und, ja, ich, wie gesagt, ich werde mir nie wieder, äh, wer was wollen. Single Bear, lebe in der Schweiz. Ja, dann hast du vielleicht Glück, dass deine Freunde vielleicht ein bisschen mehr kennen, außer Bitcoin und Ethereum. Serafino, MC, du besitzt doch, was? MC, du besitzt doch, weil du Bitpanda nutzt auch Best, oder? Äh, nein. Haben die öfters geswitcht zu anderen Coins, erst zum Euro Wallet ohne bewusst Gewinne. Bei meinem Transaktion steht, dass ich die ausgezahlt habe. Wenn ich die zusammenzähle, komme ich über 600. Ja, hast du damit denn auch immer Gewinne gemacht? Das ist das Entscheidende. Wenn dein Gewinn abzüglich deines Einsatzes über die 600 kommt, dann, ja, guten Tag, ne? Rollst du die Finanzamt. Es kommt immer darauf an, ob du Gewinn damit gemacht hast, ne? Medline, weißt du, an welchem Tag du deine ersten Kryptos gekauft hast und besitzt du diese noch? Boah. Moment. Ich kann dir den Monat sagen. Das war Juni 2014 und ja, ich besitze die Hälfte davon immer noch. Johannes, fragst du jemanden, hast du Kryptos, Bitcoin? Nee, nee. Das ist doch kriminell. Das mache ich nicht. Jo, das ist so die meiste Antwort von wegen. Oh nein, da wird manipuliert. Das machen nur Kriminelle und das ist sehr kriminell, ja. Okay, wir sind früh drin im Kryptospace, aber warten wir mal ab. Wenn CBDCs kommen und dann gegebenenfalls auch Kryptos bekannter werden, würden genau die Leute sich wünschen, XRP und Co. schon 2023 gekannt zu haben. Ja, aber das ist eben halt Pech, ne? Ich meine, wer es nicht sehen kann, nicht sehen will, weil er natürlich auch manipuliert wird, weil die Medien haben ja auch wirklich auf Kryptos gekloppt ohne Ende die ganzen Jahre. Mittlerweile sieht es natürlich wieder anders aus. Das Blatt hat sich jetzt gewendet, dass Regierungen auch tatsächlich kryptofreundlich sind, solange sie die natürlich reguliert sind und gewisse Sicherheitsrahmen beinhalten. haben natürlich sehr viele Länder überhaupt keine Probleme mehr mit Kryptos. Das war ja von 2014 bis 2020, muss ich sagen, war es ja immer noch so ein Tabuthema für Regierungen. Aber da hat sich das Blatt ganz schnell gewendet. Und schauen wir mal, ne? Im Moment ist es ja tatsächlich, was der Kryptowelt so ein bisschen in den Schaden bringt, ist ja wirklich die SSC, ne? Das ist ja wirklich die einzigste Organisation auf der ganzen Welt, eine miese kleine Behörde, die irgendwie den Schuss nicht mehr gehört hat. Na, weil für die ist ja wirklich außer Bitcoin und sagen wir mal in Anführungsstrichen Ethereum alles Wertpapier. Und da ass ich mir nur am Kopf. Keine andere Behörde macht so eine Schnauze auf und sagt, ne, ne, alles scheiße. Außer die. Holiday Diver, hi MC, sonnige Grüße, grüß dich, Serafino, dann muss ich nochmal forschen. Ja, wäre besser. Ich habe das mit diesem Bitpanda Best mitbekommen, aber ich war, ich glaube ich war, seitdem ich Luna Classic damals gekauft habe, letztes Jahr schon gar nicht mehr auf Bitpanda drauf. Müsste ich eigentlich auch nochmal. Mal gucken, ob meine Luna Classic überhaupt noch da sind. Ich kriege die ja nicht weg. Ne, Quatsch, ich war ja vor, im Dezember war ich nochmal drauf oder war es im Januar? Weil ich wollte die Luna Classic ja wegtransferieren, aber es ging ja nicht. Steffi XRP, hallo zusammen, grüß dich. ich muss leider langsam wieder zum Schluss kommen, weil becker klingelt ja auch früh bei mir. Aber wir haben ja noch den Freitag und Samstag, auch wenn ich Besuch habe über das Wochenende, werde ich natürlich meinen langen Livestream machen, auf den Samstag auf jeden Fall. Freitag wird ein bisschen länger. damit, ne? Uka, wäre ich damals in Apple, Tesla und Bitcoin eingestiegen? 2025 oder 2025 wäre ich, werden viele sagen, wäre ich damals in XRP oder V-Shane etc. eingestiegen. Vielleicht, oder sie sagen, Gott sei Dank, bin ich nicht drauf reingefallen. Ich glaube nicht, dass es ein Fehler war. Dafür ist Ripple überall drin und die wollen natürlich, dass ihre Blockchain läuft und sie haben so viele Partnerschaften, jetzt nicht nur vom Bankbereich, auch was Abrechnungsstellen betrifft, was andere Feintech-Unternehmen betrifft. Ich glaube schon, dass die Blockchain richtig durchstarten wird. Johannes, ja, die SSC hat mir schon mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. So circa vor zwölf Jahren habe ich eine Werbefirma, die im Internet Werbung geschaltet hat, eingezogen, hatte da 1000 Pfund im Monat verdient. Oh, okay. Joanne, danke MC und gute Nacht an alle. Bis morgen. Ja. Uka, ciao und besten Dank für diesen Talk. Da nicht für und schauen wir mal, wie morgen der Kurs ist. Sieht ja eigentlich recht entspannt. Auch wenn es jetzt ein bisschen runter geht, ist normal. Asien wird jetzt wach. Schauen wir mal, wie die kleinen Leute sich entscheiden werden und wenn wir ja spätestens heute, wenn wir wieder aufstehen oder morgen, wenn wir wieder aufstehen, schauen wir mal, was da kommt für Kurse. Und bis dahin sage ich, auf Wiedersehen. und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.